Hallo die Sportane und willkommen zu einer weiteren Folge von GALTEX zusammen mit dem DALU-Coach. Hallo Early! Und DALU, wo bist du? Im Haus. Ich hab keinen Sound, warum hab ich keinen Sound Early? Tschüss DALU! Early! Was denn? Die Tür macht keinen Sound bei mir. Oh. Bei dir? Hier unten kaputt. Nö, doch. Die Tür hat einen Sound bei dir gemacht? Ich krieg keinen Strom mehr. Wieso LARP-Panels sind die bedeckt? Ne. Schlagen macht nicht mal mehr Sounds. Weißt du, ob man das liegen kann? Soll ich nochmal neu einloggen? Ganz einloggen oder neu auf den Server? Ich logge einfach mal komplett neu ein. Also auf dem Server, meine ich. Wir brauchen Holz. So, ja, ähm, da will ich kurz trotzdem kurz die Chance nutzen und kurz erklären. Und zwar habe ich ja Livestream gehabt, ähm, gestern. Am gestern, genau. Ähm, könnt ihr euch nachträglich angucken. Link findet ihr uns in der Beschreibung. Und der Dalu Karte hat auch eine längere Folge hochgeladen, gestern. Äh, die findet ihr bei ihm in der Beschreibung. Und ich habe was ganz Schönes gemacht. Guck mal da, hallo. Hallo, erinnert ihr? Hallo. Ja, ich war ja jetzt. Ja, hallo. Bin ein, ich schmien, ey. Hast du da was zu essen für mich? Ja, na, logo. Willst du mal meine Ausbeute sehen? Inwiefern? Ja, was ich alles gefunden habe in meiner längeren Folge. Was hast du denn? Also ich habe jetzt, wie gesagt, du hast dich ein bisschen mit Technik beschäftigt. Hast du irgendwo eine Kiste, die leer ist, damit ich das da reintun kann? Hinter mir, da hinten. Ja, okay. Ab dem Glowstone fängt es an. Also ich habe hier ein paar komische Sachen auch gefunden. Hast du Dungeons gezielt, oder was? Jelly Babies. Hier Redstones. Und hier Dias habe ich auch nochmal. Mmh. Slime Balls, Enderpearls, Blaze Rods. Und hier so ein komisches Schwert. Ich habe ein Dias-Schwert inzwischen, ne? Das ist ganz gut. Das ist eigentlich, das ist fast so gut wie Dias Schwert. Dias macht sieben und das da macht sechs. Das ist eigentlich auch ganz gut. Ein Eisenschwert macht auch sechs. Ja gut, das kann natürlich sein. So. Auf jeden Fall ein bisschen Zeug hier gesammelt. Pack auch mal, was ich noch Kram hier rein nicht gefunden habe, wenn ich hier noch im Invertar rumliegen habe. Kohle brauche ich. Kohle, wir müssen Kohle farben. Hast du Kohle gefarmt, Dalu? Äh, ja, da. Ja. Dalu? Ja. Dein Ernst? Ich hatte voll viel Kohle. Ich bin doch... Ach, du weißt das noch gar nicht, oder? Du bist... Ich hatte ganz, ganz viel gefarmt und ich war richtig voll mit meinen Taschen und dann habe ich einen Dungeon gesehen. Die Tore wurden resettet. Stimmt. Dalu, ne? Könnte man echt mal... Und dann habe ich so einen Dungeon gefunden und dann hat mich so ein verbuggter Zombie geschlagen und dann bin ich durch drei Etagen gefallen und dann waren da ganz viele. Dalu. Dalu. Ich bin echt mit diesem Technik-Kram ein bisschen beschäftigt im Livestream die letzte Stunde. War ganz interessant und auch relativ cool. Ich brauche noch Longfall-Boots. Kommst du, Dalu? Jetzt bin ich unterwegs. Hey! Komm, folg mir. Ja. Ja, 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 ja. Und jetzt... Alles klar. Ich habe leider keinen Fall gehabt. Hier, pass auf. Das ist das Wichtigste. Das musst du dir merken. Wie gerne ich Sound hätte. Ähm... Diese Bäume, die brauchen wir. Ja. Die gibt es nämlich irgendwo... Hier oben. Guck da, guck da. Kannst du hingehen mit diesen Dingern hier. Mit diesem Tree-Tab. Die kannst du dir aus Sticks bauen. Warte, 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 warte. Ja. So ungefähr wie die aussehen aus Sticks. Und dann kannst du da oben hingehen und da rausholen. Genau. Nur einmal. So, das kann... Das wächst dann halt wieder nach. Hier unten ist es auch nochmal dran. Und wenn diese Löcher weg sind. Dann gehst du hin. Und äh... Reißt den kompletten Baum ab. Guck mal. Hier ist zum Beispiel gar nichts mehr dran. Irgendwie hingehen. Und den kompletten Baum abbreiten. Dann kommt auch... Die kommen auch nicht wieder, ja? Ne. Die kommen auch nicht wieder, soweit ich weiß. Das haben sie zumindest am meisten alle erklärt. Dann setzt die Zeppling wieder hin. Und dann passt das. So. Passt das. Zeppling habe ich leider nicht. Okay. Hier noch was dran. Guck mal, da ist auch noch was dran. Ich baue es ab. Mach raus da. Okay. So, bauen wir den auch noch ab. Und dann bekommen wir wieder ein neues Heppling. Und äh... Diese Rubbers, die brauchen wir für fast alles. Sehr gut. Also diese Rubbers, die brauchen wir ganz viele von. Also immer merken, wenn ihr irgendwelche siehst. Immer schön mitnehmen. Okay. Okay. So. Die Dinger hier, die Dinger hier abmachen. Die... Die... Die Leaves, die müssen weg. Dann bekommen sie nämlich neue Zepplings draus. Da sind wir am allerwichtigsten. Guck mal, hier ist gar nichts dran. Dann können wir mich komplett abreißen. Der war auch nicht besonders groß geworden. Wegen dem... Nee, da wird es wahrscheinlich liegen. Haben wir denn hier noch irgendwo Platz? Hier haben wir Platz. So. Was? Du baust ein Jetpack, wollen wir die jetzt bauen? Ja, ein Jetpack. Was hast du noch so alles, außer ein Jetpack? Nichts. Ich habe die meiste Zeit wirklich dann halt dafür gebraucht, um die anderen Sachen hier zu bauen. Also für ein Jetpack... Eigentlich... Du brauchst für ein Jetpack genau den gleichen Kram, den du für diesen Extraktor brauchst. Aber dann habe ich diesen Extraktor gebaut, statt das Jetpack. Aber das hat halt viel gebracht. So ein Extraktor... Nee, halt. Da können wir jetzt die Rubber gedänt reinpacken. So, jetzt gucken wir mal kurz nach. Jetpack. Da bauen wir jetzt allererstes. Da ist ein Jetpack. Elektrik-Jackpack. Dafür kommt es nur mehr. Später bauen wir noch eins, was so ein Ding jetzt hat. Was so ein Hover-Mode hat. Das ist auch ganz cool. Oh, Early, du bist ja voll im Bilde mit meinen Zuschauern. So. Hm. Was bauen wir denn alle? Sie bauen dieses komische Teil hier. Nein. Oh. Ich brauche Kabel. Oh, ich muss das jetzt erstmal wieder reinfinden. Die Kabel, die Koppakabel. Hm. Hm. Ist ziemlich anstrengender, denkst du. Copper. Hier haben wir Copper. Machen wir das am besten. Dalu, machen wir das Jetpack-Dingens auf. Ja. Was das Jetpack-Dingens heißt? Äh, Electric Jetpack. Electric Jetpack. Ähm. Welcher von beiden? Gibt es zwei. Leute. Die haben hier ganz oben auf dem Haus eine Kiste. Seine Kiste. Ich weiß. Ganz oben auf dem Dach. Ich weiß. Die ist leer. Ja, ich weiß. Da habe ich meine Sachen rein getan, damit ich dir sagen kann, wie sie sind. Die sind bei uns im Haus, die Viechers. Jetzt red ich hier. Siehst du sie? Ah, die hier unten! Löde Kuh. Ist hier noch einer? Ne, wo im Karton jetzt? Jetpack ist auf jeden Fall hammergeil, sag ich dir. Ja, was brauchst du jetzt? Also ich habe Electric Jetpack jetzt offen. So. Also. Ich baue dieses Advanced Circuit. Das Ding. So, ähm. Vier Glow Stones. Du kannst die Item-Iron-Item-Chasing bauen. Ne. Du kannst eine Bad Box brauchen wir. Eine Bad Box brauchen wir. Steht bei mir nicht dran. Ja, das steht EC 2.0 wahrscheinlich bei dir, ne? Warte, kann ich zurückdrücken? Nein. Electric Jetpack. So, und ich baue EC 2.0, ja. Stichst du drauf und dann hast du da Bad Box. Steht da. Die musst du bauen. Bad Box, Bad Box. Die ist eigentlich relativ einfach. Ja, ja. Isolierte Zintkabel. Genau. Und Batterien. Genau. Ja, dafür brauchst du halt die ganzen Item-Kabel. Ähm. Oh Gott. Ich bin überfordert. Ja, ist am Anfang echt ein bisschen anstrengend. Forge-Hammer haben wir noch. Bau die nicht. Ich dachte, man braucht einen Forge-Hammer für so eine Platte. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie 20 Stück gebaut. Und du kannst die Dinger aber 80 Mal benutzen. Zintkabel habe ich hier noch zwei. Ja, hiervon habe ich noch welche. Die Bad Box ist halt am schwersten eigentlich. Wobei, ne eigentlich nicht. Was? Was? Moment, 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 Moment. Wir brauchen dann Zintkabel. Das hast du jetzt genommen, ja? Zintkabel sind hier hinten. Sind hier noch welche? Ah, hab ich. Genau, hab ich. Hier sind noch welche. Hier in der Kiste. Oben links ein Zintkabel und die musst du mit Rubber verbinden. Aber ich habe doch ein isolated Zintkabel. Du brauchst vier isolierte Zintkabel. Okay, Moment, 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 Moment. Oh Gott. Ja, das ist ein bisschen anstrengend am Anfang. Warte mal, und in welcher Kiste ist das jetzt versteckt? Da ist das isolierte Zintkabel. Da, die habe ich zwei, genau. Ja, und hier oben in der links in der Ecke ist ein Zintkabel und da unten hast du Rubber. Ja. Schwarze Kugel. Ja. So, und damit kannst du isoliertes Zintkabel machen. Machst du dort, äh, was raus? Noch zwei Stück. Ja, ja, ich habe jetzt vier. So, habe ich. Perfekt. So. Dann guckst du, was du noch brauchst. Äh, ja, diese Batterien. Kopperkabel brauche ich sechs Stück von. Sechs Kopperkabel brauche ich. Für die Batterien brauche ich, äh, Tin-Item-Casing und noch ein Zintkabel. Das Ding noch Strom. Die kriegt aus einem, äh, Tin-Item-Casing zusammen. Musst du grad gucken. Okay, alles klar. Da sind ein bisschen anstrengend. Da musst du gucken, wie das geht. Ja, ja, ja. Okay, hier haben wir noch unisoliertes Kopperkabel. 1, 2, 3, 4, 5. Zip. So, dann brauche ich dazu noch. Einen Forge Hammer und eine Tin-Plate. Und eine Tin-Plate. Ero, Eisenplatte und Redstone. Iron Ingots. Haben wir Iron Ingots? Weißt du das? Ja, haben wir doch ganz viel oben rechts in der Ecke. Ja, ja, sehe ich schon. Äh, was wollt ihr jetzt bauen? Äh, zwei Redstone brauche ich. Was wollt ihr noch? Zwei Redstone und was habe ich jetzt gesagt? Ich weiß es gar nicht. Zwei Redstone. Das sind die, äh, Eisenplatte. So. Oh, jetzt kann ich das Ding sogar schon bauen. Zip, zip. Hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Nochmal. Zack, zack, zack. Jetzt muss ich das Verbesserte bauen. Tin-Item-Case, isolated Tin-Cable. So, Redstone. Vier Redstone, zwei Loststone, zwei Lapis. Bei Lapis. Bei Loststone. Zip, 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 zip. Zip, zip, zip. 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 Redstone habe ich nicht. Du hast das weggeworfen, Early-Wirly. Nein, nein, ich habe schon. Zip, zip. Zip, zip. 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 Warte mal. Was ist denn das hier? Lui Luma. Okay. Hört sich interessant an. So, Dalo, ich bin fast fertig. Was hast du gebaut? Ich habe jetzt so gut wie Alice. Ich brauche noch das Iron-Chising. Die habe ich auch schon hier irgendwo. Hier, ja. 1, 2, 3, 4. Und die zweite Loststone da unten hin. So, Dalo, was brauchst du noch? Dann baue ich, helfe ich dir. Ähm. Warte, warte, warte. Ich bin jetzt... Ich habe zwei Batterien zusammenbekommen, leider nur. Also mir fehlt eine Batterie noch. Kannst du die einfach bauen, oder was brauchst du? Ähm. Tin Iron Plates. Äh, nicht diese Tin Iron Plates, sondern diese... Item Chasing. Tin Item Chasing. So. Tin Item Chasing. Warte, die baue ich dir. Eine noch. Eine Batterie. Lass mich überlegen. Äh... Habe ich drei Batterien. Achso. Zinn Platte und dann die Sportschammer dazu. Warte, mach ich dir. Haben wir irgendwo Zinn? Brushed Zinn, oh. Machen wir hier rein. Hast du noch Kohle? Ne, ne? Ähm, nein. Wir brauchen irgendwas brennbares. Ist hier irgendwo Zinn drin. Zinn Kabel. Ne. So. Wie viele Plates brauchst du jetzt noch? Äh, eine Batterie brauche ich. Und vier Platten sind das, glaube ich. Dann bekommt aber, glaube ich, aus einer bekommt man mehr raus. Probier ich jetzt. Haben wir gleich da. Haben wir gleich. Was trägst du für eine Rüstung? Äh, normale Eisenrüstung. Ich habe noch eine Steel Chest Plate, aber die ist scheinbar genauso gut wie eine Eisen. Also zumindest sagen wir, dass die Rüstung guckte. So. Jetzt machen wir eine Platte draus. Okay. Dann müssen wir noch einmal vier. Brauche ich noch. Gibt es nicht irgendwie einen Ofen, den man vielleicht auch noch mit Dingen beschreiben kann? Einen Ofen, den man mit Strom betreiben kann? Das wäre echt cool. Wir brauchen mehr Strom. All unsere Kisten sind proppevoll. Guck mal Zinn und so. Alle Mineralien hier und noch. So. Hallo, ich habe dein Kram. Okay, warte, warte. Das heißt, du hast eine Batterie zusammen? Eine Batterie soll ich dir machen. Nein, nein, nein. Den Mess habe ich schon. Nein, nein, nein. Habe ich, habe ich. Early Birdie. Da. So. Jetzt kann ich daraus eine weitere Batterie machen. Okay. Die haben wir. Jetzt habe ich drei Batterien. Electric. Jetpack. So. Und ich habe drei Batterien. Das und Holz. Okay. Drei Batterien. Oben das Zinnkabel und Holz. Und Holz. Ja, hast du den Rest? Ja, ich habe alles. Schmeiß her? Äh, da. Die Batman-Box. Schauen sie hier rein. In die Bad-Box reingucken. Hallo. Was, was? Hier, links bei dir. Die Bad-Box. Anklicken. Ja. Guck was da drin ist. Ein Jetpack. Der jetzt gefüllt wird mit Stroh? Ja. Noch ein bisschen. Haben wir irgendwo Holz über? Hast du Holz? Äh, ja. Einfach hier ab in den Generator. Umso schneller wird es geladen. Was haben wir hier noch? Ohrgurt. Rein damit. Und den Jetpack? Wenn er leer ist, kann ich den immer wieder hier laden? Kannst du immer wieder laden. Muss halt auffassen, dass der nicht leer geht, weil dann... Kannst du wieder fliegen, ne? Deswegen müssen wir jetzt noch einen Solar-Helm basteln. Ja. Ich hab'n jetzt kaputt gegangen. Ah, hier oben. Ich hab'n Stroh mehr. Ein Jetpack zieht alles an Stroh. Das Jetpack zieht zu viel... Ist es nacht draußen? Ähm... Na, der war noch grad erst pennen. Aber es wird grad dunkel. Wir gehen mal schlafen. Also brauchen wir keinen. Warte, doch. Vielleicht doch. Ja, schnell mal ins Bett gehen, dann wir fürs Bomben, wo wir es gesetzt haben. Legt er sie einfach in mein Bett. Nachti. Guten Morgen. War noch mal N war das, glaub ich. Was soll's machen? Ne, meine Map ist grad eben kaputt gegangen. Wir müssen wieder besser Strom generiert werden. Wie viel Essen hast du eigentlich? Ähm... Relativ wenig. Zwei hab' ich noch. Haben wir irgendwo Essen? Haben wir Holz, ist die Frage. Hier auch kurz längst. Alles rein, alles an Holz, was du hast. Und ich brauch's rein damit. Rubberwood nicht. Rubberwood immer hier oben rein. Damit das, äh... Okay. Also sortiert. Ja. Baluja hat gesagt, die haben draußen ne Farm. Ne was denn? Ja, ne Essensfarm. Ich guck mal, ob die Kuhfarm, äh, größer geworden ist, seitdem ich das letzte Mal gespielt hab. Glaub ich ne. Nimm mal alles an Holz, was wir hier oben liegen haben. Damit wir den Scheiß mal los sind. Die Kuhfarm ist kleiner geworden. Es wurden einfach alle Kühe getötet. Na toll. Läuft nicht so. Ah. Überall einzelnes Holz. Oh, hier ist Kopper. Wir brennen jetzt einfach. Ich, ich... Pack jetzt einfach alles Holz, was wir hier über haben, in den Generator rein. Wenn wir den Scheiß mal los sind und die Kissen immer voll mit Müll haben. Hier sind noch Fensters, hier, Stein und hier und... So viel Müll. Also Leute, schreibt mal ohne Witz mal bitte in die Kommentare, ob ihr Ahnung habt, was es gibt, was für noch... Ob es einen automatischen Ofen gibt, der mit... Nicht mit Dingen, sondern mit Strom arbeitet. Und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Däumchen da oben gebt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Hau da hin. Schaut bei DadoCut vorbei. Bis dann. Auf Wiedersehen, Aliboy. Und tschüss.